Gude, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Fanatic-Cast. Wie gewohnt findet ihr einen Link zum Download dieses Casts als MP3-Datei in der Videobeschreibung und dort findet ihr auch noch einen anderen Link, nämlich zu einem Video der GameStar mit dem Titel Die Miniweb stirbt noch 2017 zum Glück. Und dieses Video ist für mich auch der Anlass gewesen, diesen Cast hier zu machen. Was da im Wesentlichen drin besprochen wird, ist, dass die ersten Open-World-Spiele rausgekommen sind, die keine klassische Minimap mehr haben. Und die These ist, dass diese Spiele dadurch besser sind, weil der Spieler, wenn er so eine ganz klassische Minimap hat, üblicherweise mindestens mal mit einem Auge die ganze Zeit lang auf diese Minimap guckt, denn dort hat er alle Informationen. Da hat er beispielsweise dann irgendeinen Pfad angezeigt, wo die Navigation drüber läuft. Man hat irgendwelche Points of Interest, irgendwas, das man looten kann oder einen Aussichtspunkt, Collectibles oder sowas angezeigt. Man sieht Gegner um einen drumherum. Es ist also alles da, die Minimap ist wichtig und man guckt nur auf diese Minimap. Man guckt aber nicht auf das Spiel. Und das würde dann bedeuten, dass man gar nicht mehr das Spiel an sich spielt und die Spielwelt, diese schönen, wunderbaren Spielwelten, die es jetzt gibt, wahrnimmt, sondern dass es eigentlich nur noch die Minimap ist, die man spielt und alles andere eben ein Stück weit unter den Tisch fällt. Das ist also die These im Video. Und dementsprechend wäre es dann eine gute Sache, wenn die Minimap sterben würde, denn dann würde man wieder mehr das Spiel spielen, das eigentliche Spiel. Beispiele werden hier genannt, quasi Negativbeispiele. The Witcher 3, Mafia 3, Assassin's Creed und Rogue. Das sind alle Spiele, die noch eine klassische Minimap haben. Die Gegenbeispiele sind dann das neue Far Cry oder das neue Assassin's Creed, die ohne eine solche klassische Minimap auskommen. Dann kommt halt noch ein Punkt, den ich ganz interessant finde. Es wird so ein bisschen darüber gesprochen, wie dann die Alternativen aussehen, denn in irgendeiner Form muss ich dem Spieler ja Informationen an die Hand geben, die vorher über die Minimap gelaufen sind. Und hier gibt es dann de facto unterschiedliche Ansätze. Wir haben eine reduzierte Minimap, die im Wesentlichen auf so eine Art einfaches Navigationssystem zurückgeführt wird. Man hat dann also irgendeinen Sprung, man mit dem Auto durch die Gegend fährt und da sieht man dann eben wirklich nur die Straßen. Man sieht eben die Points of Interest nicht mehr, man sieht keine Gegner mehr und so weiter und so fort. Das ist nur noch ein ganz, ganz einfaches Navi. Anderer Ansatz ist, dass man die Minimap gewissermaßen ersetzt, komplett ersetzt durch ein System à la Bethesda. Das heißt also, ich sehe Skyrim Fallout. Die haben also oben in der Mitte des Bildschirms eine Art Kompass und je nachdem, in welche Richtung man gerade blickt oder sich bewegt, sieht man dann dort auf diesem Kompass gewisse Informationen. Also was sind für Gebäude in der Nähe, die eventuell interessant sind? Ja, es ist also so eine abgespeckte Version der Minimap, die man dort zu sehen bekommt. Ein anderer letzter Ansatz ist dann aus Mafia 3, das ironischerweise weiter oben das Negativbeispiel war. Da wäre es nämlich dann so, dass gewisse Informationen zur Navigation im Spiel selbst vorhanden sind. Das heißt, wenn man sich dort einen Wegpunkt setzt, dann leuchten die Straßenschilder auf, um einem quasi den Weg zum Ziel zu weisen. Ein anderes Beispiel war hier Horizon Zero Dawn. Dort ist es so, dass man dann auch innerhalb der Spielwelt gewisse Navigationsmarker im Blickfeld gesetzt bekommt und so dann eben weiß, okay, ich muss jetzt 100 Meter in die Richtung, um diesen Marker zu erreichen, dann zum nächsten und so weiter. Also die Informationen, die vielleicht sonst auf einer Minimap wären, die sind eben dann im Spiel direkt im Blickfeld des jeweiligen Spielers. Ja, soweit erstmal die grob Zusammenfassung von diesem Video selbst. Ich habe dann für mich erstmal direkt irgendwie negativ reagiert. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich eher so aus der Rollenspiel, nicht unbedingt aus der Rollenspielschiene, sondern aus der Echtzeitstrategiespielschiene komme und da ist die Minimap eben sehr, sehr wichtig. Und demzufolge habe ich initial erstmal gesagt, in die Minimap zu streichen, das wäre eine schlechte Idee. Denn letzten Endes führt das Streichen der Minimap nur dazu, dass man die Informationen in einer gewissen Art und Weise anders präsentiert, was ja auch etwas ist, was da im Video quasi gefordert worden ist. Man hat dann eben beispielsweise so eine Anzeige im Fallout-Style und das ändert an der Sache nichts. Der Spieler guckt trotzdem dahin. Er will sich trotzdem seine Informationen holen. Das heißt, er ist trotzdem auch auf der Minimap und eben nicht im Spiel selbst. Das heißt, man hat eigentlich das Ziel an dieser Stelle mit diesem Ansatz gar nicht unbedingt erreicht. Was ja eine blöde Sache, naja. Ansonsten war noch ein Punkt in diesem Zusammenhang, dass man durch diese Simplifizierung der Minimap oder Vereinfachung letzten Endes, ja, man hat nichts gewonnen und im Gegenteil, man verliert sogar noch etwas, weil es eben eine einfachere Darstellung ist. Ich bekomme dann Informationen nicht mehr angezeigt, die früher auf der Minimap waren und das fehlt einfach. Es ist dann irgendwo weniger. Ich muss mich irgendwie, ja, selbst damit auseinandersetzen, Wege finden, an diese Informationen ranzukommen, die so einfach nicht da sind. Es bringt also nicht wirklich was. Und dann habe ich noch ein Beispiel gebracht, wo ich mich auskenne. Relic, RTS. Ein anderes Genre. Hier ging es ja eigentlich eher um die Open-World-Spiele. Wir machen dann also an der Stelle quasi einen kleinen Sprung. Und ja, was Relic halt wirklich gut kann, ist Minimaps Design. Es gibt oder gab da in den vergangenen Jahren einen steten Fortschritt. Wenn man dann auch im Vergleich zieht zu anderen Spielen, dann sieht man, dass Relic da eigentlich ganz vorne dran ist. Man bekommt Informationen präsentiert. Man kann mit der Minimap interagieren. Man kann sie benutzen, um zu navigieren. Es ist also insgesamt eine sehr, sehr runde und sehr, sehr gute Sache. Und ja, wie gesagt, es gab da auch durchaus Fortschritte. Und das halte ich dann noch mal ein bisschen eingeschränkt. Insofern gesehen, dass meines Erachtens nach bei COA 2 an der Stelle ein gewisser Rückschritt stattgefunden hat. Das heißt, ja, insgesamt habe ich dann quasi gesagt, die Meinung ist okay. Ist halt einfach mal so da. Ist auch völlig in Ordnung. Aber die Argumentation halte ich nicht für stichhaltig. Das war mein ursprünglicher Ansatz und davor eben, was die Gamestar gesagt hat. Und jetzt habe ich aber noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Und wenn man noch mal so drüber nachdenkt, ist es eigentlich so, dass unsere Positionen doch gar nicht so weit auseinander liegen. Denn wenn man es noch mal Revue passieren lässt, letzten Endes mache ich hier eine ganz wichtige Einschränkung in meiner Argumentation. Und zwar sage ich, dass es bei Company of Heroes 2 gewisse Rückschritte gab, was das Design der Minimap angeht. Und das ist letzten Endes deshalb so, weil diese Minimap dort mit Informationen überfrachtet ist. Man bekommt zu viel angezeigt. Man hat beispielsweise die ganze Blinkerei. Hier ist jetzt gerade ein Artillerieangriff. Da wird gleich eine Mercer anschließen. Hier wird jetzt Off-Map-Fähigkeit XYZ aktiv. Es blinkt nur noch. Man hat letzten Endes einfach zu viel Information. Mehr, als man eigentlich braucht. Und mehr, als ich ganz persönlich an dieser Stelle auch haben möchte. Und letzten Endes ist das eigentlich so ein bisschen dieselbe Richtung, die ja auch in der Argumentation von der GameStar drin steckt. Und ja, da sind wir eigentlich gar nicht so weit auseinander. Da habe ich mich im Endeffekt ein bisschen selbstblöd angestellt bei dieser Argumentation. Und die ist auch nicht so ganz das, was eigentlich den Kern der Sache trifft. Ich stehe nach wie vor dazu, dass ich so eine Vereinfachung der Minimaps und Open-World-Spiele ablehne. Ich kann mich noch sehr gut an Horizon Zero Dawn erinnern. Das habe ich nicht selbst gespielt. Konnte ich nicht, weil es nicht auf dem PC ausgekommen ist. Und sonst hätte ich es gerne gespielt, weil es ein cooles Spiel war. Aber ich habe mir ein Let's Play dazu angeschaut, und so zumindest die Geschichte zu erleben, die auch ziemlich gut war, meines Erachtens nach. Und als ich das Interface gesehen habe und diese Fallout-Bethesta-Style-Minimap-Verschnitt, dachte ich, oh Gott. Weil ich persönlich nehme das ganz klar als ein Rückschritt wahr. Das kommt von der grundsätzlichen Konzeption her aus einer Zeit, die, was weiß ich, wie viele Jahre zurückliegt. Wann ist Fallout rausgekommen? Das ist, keine Ahnung, sechs Jahre her. Ein bisschen übertrieben, keine Ahnung. Sagen wir mal drei, vier Jahre her. Und seitdem hat sich einfach was getan. Seitdem hat eine Entwicklung stattgefunden. Und ja, diese einfache Version der Minimap trägt dem nicht Rechnung, sondern sie geht eben einen Schritt zurück. Und das finde ich ganz persönlich schlecht an der Stelle. Was ich allerdings gut finde, das kam an meiner ursprünglichen Argumentation jetzt auch nicht so ganz raus, ist, auch wieder eher bei den Open-World-Spielen natürlich, dass man durchaus das echte Spiel, sage ich mal, die tatsächliche Spielwelt nutzt, um Informationen darzustellen. Hier muss man jetzt auch wieder ein bisschen differenzieren, denn gewisse Sachen sind störend. Wenn ich jetzt an das Mafia 3-Beispiel denke, klinkende Straßen ist schneller. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwann im echten Leben im Auto durch die Gegend gefahren seid und ein blinkendes Straßenschild gesehen habt, das genau dann geblinkt hat, wenn ihr an dieser Stelle rechts abbiegen wolltet, wo das Schild steht, auf dem steht, hier kann man jetzt rechts abbiegen. Das kommt in der Realität nicht vor. Das würde ich persönlich als etwas sehen, was einfach unrealistisch ist und was mich irgendwo aus dieser Spielwelt rausreißt. Das heißt, die grundsätzliche Sache kann funktionieren, würde ich an dieser Stelle bei diesem ganz, ganz konkreten Beispiel aber als störend empfinden. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein. Lustigerweise, hier wieder das Beispiel New Horizons Zero Dawn, dort hat man ja auch quasi Navigationsmarker dann in der Spielwelt direkt im Sichtfeld drin, fand ich überhaupt nicht stört. Ich habe mich nicht gestört, fand ich irgendwie gelungen und eine coole Sache. Das heißt also, ja, es kann funktionieren. Es ist halt immer die Frage, wie wird es dann wahrgenommen? Wie aufdringlich ist es? Wie stark reißt es mich im Endeffekt wieder aus der Welt raus? Und das ist ja etwas, wo auch hier die GameStar gesagt hat, das soll es genau nicht tun. Ich soll in diese Welt herein. Aber ja, für mich, aus meiner Sicht, hat es eigentlich an dieser Stelle ganz genau das Gegenteil erreicht. Und das sollte dann ganz einfach mal nicht so sein. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Ich weiß noch nicht, es war irgendwie ein Thema, das mir jetzt gerade unter den Nägel gebrannt hat. Das ist jetzt auch ein Video, was ein bisschen kürzer ist als dieses Format sonst ist. Aber hey, es ist mal wieder ein neues Video. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen entsprechenden Kommentar freuen. Interessant ist natürlich auch, wie ihr das seht, ob ihr vielleicht die Minimap auch nicht mehr braucht, ob ihr so und so nur die große Map nutzt, ob sie euch stört oder ob ihr sie eben, wie ich dann vermissen würdet, in ihrer jetzigen klassischen Form. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie gesagt, Link zum Download dieses Casts unten in der Videobeschreibung. Link zum ursprünglichen Video, entweder auch in der Videobeschreibung oder irgendwo verlinkt. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon an dieser Stelle mit diesem relativ kurzen Cast. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und sage an der Stelle ciao, ciao.